Wir schauen uns heute mal den Unterschied zwischen Pixel und Vektor an. Das heißt, warum sollten Logos eigentlich als Vektor aufgebaut sein? Herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Rick und wir schauen uns heute an, warum man Logos eigentlich in einem Vektorformat aufbaut. Das heißt, warum benutzt man Vektoren, also Pfade, dazu, um Logos zu erstellen? Als Beispiel jetzt mal. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ein Pixel, also wenn du zum Beispiel ein Logo malst in Photoshop. Du hast einen Pinsel und malst das in dein Dokument rein. Dann malst du Pixel. Und durch dieses Malen der Pixel definierst du letztendlich eine Größe für dein Logo. Denn wenn du etwas größer machst, dann hast du den bitteren Beigeschmack, dass ja durch eine Interpolation, so nennt man ja Vergrößern oder Verkleinern, dass Pixel hinzugefügt werden oder weggenommen werden. Das heißt, wenn du etwas verkleinerst um 50%, dann wird jeder zweite Pixel weggeschmissen. Und durch dieses Wegschmeißen muss natürlich halt auch alles andere wieder so in Kombination gebracht werden, dass es Sinn ergibt. So, und beim Interpolieren nach oben hin, also wenn du etwas vergrößerst, ist es halt genau das Gleiche. Also nicht genau das Gleiche, aber ähnlich. Denn wenn du etwas um das Zweifache vergrößerst, dann muss halt jeder zweite Pixel neu erfunden werden. Und da gibt es halt unterschiedliche Verrechnungsmethoden, wie das funktionieren kann und bla 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 bla. Alles schön und gut, aber das Ganze hat natürlich trotzdem seine Nachteile. Und genau das will ich dir jetzt einmal zeigen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal anhand meines Logos an. Denn ich habe hier einmal mein Logo als Vektor und einmal als Pixel. So, wenn ich jetzt hier reinzoome, dann sehe ich hier eigentlich keinen großen Unterschied, außer, dass das vielleicht von der Deckkraft jetzt ein bisschen wuchtiger aussieht, wenn die halt direkt übereinander liegen. Aber es ist halt komplett identisch. Wenn ich das jetzt hier mal rausschiebe, dann siehst du hier eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Vektor und Pixel. So, dass das wirklich ein richtiges Vektorformat ist, das will ich dir zeigen. Ich mache hier mal einen Doppelklick drauf. Und du siehst, ich komme auf einmal in eine Volltonfarbe, denn ich kann nämlich einem Vektor einfach eine andere Farbe geben. Schauen wir mal in die Pfade rein. Da haben wir nämlich unseren Vektor. Das heißt, hier ist das ganze Logo als Pfadpunkte aufgebaut. Also es ist ein richtiger Vektor. So, und jetzt machen wir mal folgendes. Und das ist eigentlich genau das Beispiel, was ich jetzt bringen oder zeigen möchte. Wenn wir, und ich zoome jetzt mal ganz weit raus, die beiden Ebenen mal markieren und jetzt auf Bearbeiten, Freitransformieren gehen. Und jetzt wirklich mal das Ganze ganz frech um, wie viel Prozent haben wir denn? Hier, 1500 Prozent vergrößern. Ein Logo um 1500 Prozent vergrößert. Ich bestätige das mal. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Also ich mache mal hier diesen Vektor, den mache ich auch mal wieder schwarz. So. Und jetzt zoomen wir mal rein. Und jetzt werden die Unterschiede ganz klar sichtbar. Das ist unser Logo, das wir als Pixel aufgebaut haben. Das heißt, mit dem Pinsel gemalt. Und vergrößert um 1500 Prozent. Da kannst du ja selber ausrechnen, wie viele Pixel da jetzt hinzugefügt wurden. Und das ist unser Vektor. Das heißt, wir haben bei unserem Vektorformat ganz klare Linien, wir haben ganz klare Konturen. Es sieht einfach genauso sauber aus, wie es sein soll. Genauso, wie das Logo erstellt wurde. Und das liegt einfach daran, ein Pixel wird bei einer Interpolation immer neu berechnet. Also hinzugefügt oder weggenommen. Ein Vektor ist letzten Endes eine mathematische Beschreibung von Punkten. So. Und wenn ich jetzt was vergrößere oder verkleinere, dann ändert sich halt einfach bloß die Berechnung der Punkte. Aber wir haben keine reinen Pixel. So ein Vektorformat oder so ein Vektor wird erst dann zu einem Pixel, wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache und sage, ich möchte das als Ebene rastern. Erst dann wird es ein Pixel. Und dann habe ich genau das gleiche Problem, wie mit der anderen Ebene. Aber das ist genau der Grund, warum man zum Beispiel Vektorformate nimmt. Und gute Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel Logos oder zum Beispiel Schrift. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal das Textwerkzeug nehmen und jetzt hier mal was schreiben mit zum Beispiel Schwarz. Hallo Welt mit beispielsweise, nehmen wir mal 117 Punkt. Sage OK. Dann haben wir jetzt hier eine Textebene. Und das Interessante daran ist, und ich dupliziere jetzt einfach mal. Und das Interessante daran ist, ich kann diese Textebene nehmen und ich kann sie vergrößern. Und schau mal. Der Text bleibt der gleiche. Das heißt, wir haben hier immer noch klare Kanten. Wenn ich jetzt Hallo Welt mit einem Rechtsklick mal raster, sodass es eine stinknormale Ebene wird. Und ich gehe jetzt mal auf Bearbeiten, Transformieren und sage erneut. Gut, dann wird nämlich die letzte Transformation einmal exakt identisch ausgeführt. Und schau mal. Wir haben hier auf einmal ein anderes Ergebnis. Es wird viel weicher. Es wird unscharf, weil auch hier durch das Interpolieren, durch das Größermachen, natürlich wieder Pixeln zugefügt werden mussten. Währenddessen ein Text, solange er eine Textebene ist, auch ein Vektor ist. Okay. Und genau deswegen nutzt man Vektoren. Und warum erzähle ich das? Wir sind in der Bildbearbeitung. Aber viele von euch, oder ich habe das schon oft gelesen und gesehen, möchten gerne Logos in Photoshop erstellen. Und dann ist natürlich immer so der Punkt, macht das Sinn in Photoshop? Ja, es macht Sinn. Du kannst das machen. Ich habe schon mal ein Video über diese Thematik gemacht, wie man in Photoshop auch Logos erstellen kann. Weil du kannst in Photoshop ja auch mit Pfaden arbeiten, also mit Vektoren. Das heißt, du kannst dir dieses Werkzeug zur Hilfe nehmen, um zum Beispiel ordentlich Logos zu erstellen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, okay, ich lege mir in Photoshop beispielsweise, wenn ich das malen möchte, eine sehr große Datei an. Also sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal 10.000 mal 10.000 Pixel. Und dann malst du dein Logo in genau dieser Größe, das heißt unfassbar groß. Und dann musst du für dich mal entscheiden und musst mal prüfen, ob das Ganze funktioniert, wenn du dieses Riesenlogo abspeicherst, dann irgendwo in deinen Projekten benutzt und es verkleinert wird. Weil auch durch das Verkleinern kannst du natürlich an Brillanz und Schärfe verlieren. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was dein Logo letzten Endes darstellt. Hast du ein sehr, sehr fein detailliertes Logo oder es ist eigentlich sehr minimalistisch und so weiter und so weiter. Photoshop muss man ganz ehrlich sagen, ist für Logos nicht immer die beste Wahl. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn du halt noch kein, also wenn du kein InDesign hast oder dich mit Illustrator hast oder dich mit Illustrator nicht auskennst, dann ist das natürlich durchaus eine Möglichkeit, das mal dort zu versuchen. Ja, aber du weißt jetzt, warum es sinnvoll ist, über Vektoren nachzudenken. Denn, wie gesagt, Vektoren, das ist letzten Endes einfach eine mathematische Berechnung, mathematische Punktsetzung, die bei einer Veränderung immer wieder neu gesetzt wird. Also nicht neu gesetzt, aber es wird immer wieder neu berechnet. Ähnlich wie beim Smart Object. Mit dem Unterschied, dass du halt im Smart Object ja auch Pixel hast. Das heißt, auch ein Smart Object kannst du nicht unendlich groß skalieren, sondern es wird letzten Endes immer von dem Ausgangspunkt neu berechnet. Aber es wird neu berechnet. Und genau das passiert halt bei Vektoren dann auch. Deswegen, wenn du solche Projekte hast, wie Schrift, wie Logos, Aufrisse, sehr spannendes Thema, dazu werde ich nochmal ein anderes Video machen, aber Aufrisse. Beispielsweise, du hast ein Objekt, wie zum Beispiel eine Flasche und die Flasche soll ein Etikett bekommen. So, und du möchtest das Ganze in Photoshop zum Beispiel in Form bringen. Dann ist es letzten Endes so, dass du dieses Verformen anhand eines Aufrisses meistens machst. Ein Aufriss ist dann letzten Endes eine blanke, also das ist wirklich eine komplett glattgezogene, ein glattgezogenes Etikett. Als wenn du es halt von dieser Flasche abmachst und wirklich gerade ausrollst. Und genau das kommt halt oftmals aus Illustrator und das bringst du in Photoshop rein, verbiegst es und damit arbeitest du auch mit Smartepäkten und oftmals und meistens mit Vektoren. Sehr, sehr wenig mit Bildern. So, hat ganz große Vorteile so zu arbeiten. Wie gesagt, mache ich nochmal ein anderes Video, wo es dann um die Verknüpfung mit Illustrator geht. Aber hier geht es einfach nochmal ganz kurz darum, Unterschied zwischen Pixel und Vektor. Ich habe dir jetzt zwei Möglichkeiten oder zwei Varianten gezeigt. Einmal an einem Logo, was mit einem Vektor aufgebaut ist und an Text, was auch Vektoren sind und das Ganze einmal in Pixel umgewandelt und dann zu gleichen Prozentteilen größer skaliert. So, das ist genau das, was ich dir heute einmal zeigen wollte, weil man oft darüber spricht, du musst das in Vektoren aufbauen und du weißt jetzt auch, warum das Sinn macht. Ja, wenn du natürlich sagst, und das kann natürlich auch durchaus berechtigt sein, ich brauche mein Logo gar nicht so flexibel, weil ich werde das niemals in Druck geben. Ich werde niemals irgendwie, weiß ich nicht, mein Logo auf eine Visitenkarte oder so drucken, sondern das ist einfach nur für mein Wasserzeichen, weil ich das schön finde oder, oder, oder. Das kann natürlich auch alles sein. Dann versteift dich nicht darauf, das Ganze unbedingt als Vektor aufzubauen. Dann mal es lieber und ich sage an diesem Punkt, lieber habe ich dann vielleicht ein etwas unscharfes Logo, was meistens aber auch nicht auffällt. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen, dass es unscharf ist, als irgendwie erstens gar kein Logo, weil ich mich mit Illustrator nicht auskenne oder mir kein Grafiker leisten möchte oder ich letzten Endes mein Logo nicht so erstellen kann, weil ich mich halt mit dieser Technik und mit diesen Werkzeugen und mit dem Programm gar nicht so auskenne, um das so umsetzen zu wollen, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Okay, das muss man natürlich auch immer mit dem Hinterkopf behalten. Und dann würde ich sagen, wenn das der Fall ist, dann setze es einfach in Photoshop um, mach die Datei einfach ein bisschen größer, mal dir dein Logo so, wie du es brauchst und achte einfach darauf, dass du dein Logo in der Anwendung später immer nur kleiner skalierst statt größer. Okay, in diesem Sinne, das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, du kannst es irgendwie mal anwenden. Wie denkst du darüber? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Da freue ich mich drauf. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.